Meine Meinung zur aktuellen Marktsituation? Sehen wir tatsächlich den Beginn eines Bullruns oder sollte man vorerst vorsichtig bleiben? Wie investiere ich zum aktuellen Zeitpunkt? Dabei sprechen wir auch über den Altcoin-Sektor und viele weitere Themen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und nicht wundern, ich habe die Lampe im Hintergrund ausgemacht, damit der Gesichtsfokus funktioniert. Man fokussiert immer die Lampe im Hintergrund so ein Stückchen und dann zoomt der immer so ein bisschen hin und her. Das ist nervig. Ich will die Lampe eigentlich anlassen, weil ich die Lampe feiere, aber ich muss mal schauen, ob ich da irgendwie eine Lösung für das Problem finde. Das soll allerdings nicht euer Problem sein, denn wir haben ja im Kryptomarkt aktuell genug Probleme. Und damit reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Wir springen auf die erste Frage, die sich eben mit der aktuellen Marktphase beschäftigt und zwar, ob der aktuelle Bärenmarkt möglicherweise zu lange geht. Die Frage ist tatsächlich etwas größer, als man im ersten Moment denken könnte, denn die aktuelle Marktphase, der aktuelle Bärenmarkt wird von einigen gar nicht mehr als Bärenmarkt eingestuft. Ich bin da so ein bisschen zwischen den beiden Meinungen, denn auf der einen Seite darf man nicht vergessen, Bitcoin ist das Best-Performance der Asset im aktuellen Jahr. Bitcoin hat fast 100% im aktuellen Jahr zeitweise zugelegt und auch 50-60% ist jetzt nicht unbedingt eine große Bärenmarkt-Performance. Beziehungsweise kann man da jetzt nicht groß noch von einem tiefen Bärenmarkt sprechen, wenn es eben übergeordnet in den letzten 10-11 Monaten tatsächlich bergauf geht. Dennoch gibt es natürlich einige Argumente, die auch das Bärenmarkt-Argument noch einmal so ein bisschen hervorheben. So wurde ich beispielsweise auch gefragt, ob es einen Bullrun geben könnte, wenn wir in den USA eine Rezession sehen, beziehungsweise ob der Bitcoin auch noch einmal auf die Bereiche von 25, 23 oder 20.000 US-Dollar zurückfallen könnte. An dieser Stelle sicher weiß ich natürlich nicht, in welche Richtung der Bitcoin fällt. Man kann sich allerdings natürlich auch so ein bisschen die Liquidität anschauen und da sieht man, dass in den unteren Bereichen auf jeden Fall noch extrem viel Liquidität abzuholen wäre. Das ist ja immer der Trend der Market Maker, dass sie eben den Markt in diese Richtung drücken. Das sieht dann aus wie so ein Magnet, wenn der Bitcoin eben in die liquiden Felder läuft. Gerade bei 27.000 Dollar sehen wir natürlich erstmal viel Liquidität und dann könnte es eventuell auch noch tiefer gehen. Das will ich allerdings an dieser Stelle gar nicht ansprechen. Dazu bräuchte es meiner Meinung nach auch nochmal große Gründe dafür, dass der Bitcoin eben stärker abverkauft wird und das wird nicht einfach nur grundlos passieren. Dafür bräuchte es wirklich Katalysatoren, so wie das beispielsweise im Falle der SPF-Verhandlungen aktuell etwas rauskommt. Der ehemalige FTX-CEO Sankt Bittmann-Fried verantwortet sich ja aktuell vor Gericht. Dabei gibt es in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder neue Dinge, die ans Tageslicht kommen. Erst in der vergangenen Woche sind einige dreckige Details über Genesis ans Tageslicht gekommen. Unter anderem aufgrund dessen, nicht nur aus diesem Grund, sondern das hat eben unter anderem dazu beigetragen, sahen wir ja eine Klage aufgrund von Kundengelderveruntreuung bzw. Gefährdung im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Und ich wurde gefragt, ob SPF bzw. der aktuelle Fall auch Binance zu Fall bringen könnte. Das ist eine gute Frage. Also es kommt immer darauf an, wie hier diese Themen in diesen Gerichtsverhandlungen angesprochen werden, welche Sachen hierbei wirklich ans Tageslicht kommen und wie dann auch damit umgegangen wird. Denn es muss natürlich auch angesprochen werden. Wir sehen jetzt beispielsweise seit einigen Wochen diese Verhandlung und weder Tether noch USDT, also weder der eine noch der andere Begriff, ist einmal in dieser Gerichtsverhandlung gefallen. Auch in Bezug auf Binance gab es jetzt noch keine tiefen Details desbezüglich, keine tiefen Gespräche bzw. Aussagen. Das könnte sich allerdings natürlich auch noch ändern. Wenn uns Binance sowie auch Tether allerdings eines in den letzten Monaten gezeigt haben, dann, dass die auf jeden Fall standfest sind. Ob die beiden Unternehmen hier wirklich seriös operieren oder in der Vergangenheit immer seriös operiert haben, das sei mal dahingestellt. Aber der Markt vertraut nun mal eben Tether und er vertraut auch Binance. Denn es gab in den vergangenen Monaten, gerade auch in Bezug auf Binance, durch die Klage der CFTC, durch die Klage der SEC, immer wieder große Binance-Anschuldigungen. Und zum aktuellen Zeitpunkt kann sich die Plattform eben noch halten. Also nur durch Aussagen. Alleine wird hier wahrscheinlich nichts groß passieren. Dafür bräuchte es wirklich handfeste Beweise bei Tether sowie auch bei Binance. Und das sind so meiner Meinung nach kryptointern die beiden größten Risikopunkte, die wir nach wie vor haben. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass sie zusammenbrechen, sondern vielmehr was damit zu tun, dass sie eben so groß sind, dass wenn sie zusammenbrechen würden, dass es auf jeden Fall faktisch einen Impact auf den gesamten Markt hätte. Also das könnte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, auch wenn man natürlich seine Investmententscheidung nicht nur darauf zurückführen sollte. Denn ja, dieses Risiko besteht eben immer, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Gerade allerdings, wie eben auch in der Frage angesprochen, die Rezession in den USA ist natürlich extrem interessant. In den letzten Tagen sahen wir, dass tatsächlich die Gewinne der S&P5-Fundered-Unternehmen unter die Rendite von US-Staatsanleihen gefallen sind. Das heißt, Unternehmen werfen weniger Gewinn im Durchschnitt ab, als eben US-Staatsanleihen, was natürlich den Anreiz dann verschiebt, und zwar von US-Aktien in die Richtung von Staatsanleihen. Und das ist eben eine Entwicklung, die wir sehen, die am Ende des Tages auch dafür sorgen könnte, dass der Markt stärker unter Druck gerät, dass wir dann wirklich diesen stärkeren wirtschaftlichen Abschwung in den USA sehen, der am Ende des Tages dann für eine Rezession sorgt. Ob diese groß sein wird oder klein sein wird, weiß natürlich keiner. Aber wenn natürlich der Trend aus dem Aktienmarkt hier in die Richtung geht, dass das Ganze wieder bärisch wird, dann kann es eben auch sein, dass Bitcoin und Co. darunter leiten könnten. In der vergangenen Woche war es beispielslos in genau die andere Richtung. Dort sahen wir, dass der Bitcoin recht gut performt hat, während der US-Aktienmarkt recht stark unter Druck stand und im Allgemeinen mehr als eine Billion US-Dollar an Wert verloren haben. Und nein, ich verwechsel hier nicht irgendwie die englische Sprache mit dem Deutschen. Im englischen Trillion, im deutschen Billionen, eine Billion Dollar wurden aus dem US-Aktienmarkt gebischt, während auf der anderen Seite der Kryptomarkt recht gut zulegte. Das liegt unter anderem natürlich auch an dem momentanen ETF-Thema. Dazu habe ich auch zwei Fragen erreicht und zwar zum einen, ob wenn diese ETFs an den Start gehen, sie nicht dann die Liquidität beziehungsweise die Bitcoin von den Börsen aufkaufen. Und dann wurde ich noch gefragt, ob das nicht ein bisschen komisch ist oder ich wurde darauf hingewiesen, ob das nicht ein bisschen komisch ist, dass momentan alles so bullisch geredet wird. Fangen wir erstmal mit der ersten Frage oder Thematik an. Also natürlich, klar, wenn diese ETFs an den Start gehen und institutionelle wirklich viel Kapital in diese Spot-ETFs reinpumpen, dann müssen diese Bitcoin auch irgendwo herkommen und sie werden dann zwangsweise natürlich von Liquiditätsbereitstellern beziehungsweise von den Börsen aufgekauft. Das ist allerdings ein normales Angebot- und Nachfrageverhältnis. Sollte die Nachfrage hoch sein, dann wird eben auch der Preis dementsprechend steigen. Sollte die Nachfrage nicht so hoch sein, dann steigt eben auch der Preis nicht überdurchschnittlich. Dass momentan viele Vermögensverwalter, sowie auch deren CEOs, vor allem beispielsweise Larry Fing, recht positiv über Bitcoin und Co. sprechen, ist natürlich etwas auf der einen Seite Positives und auch hier kann man wieder das in zwei Kategorien einteilen. Zum einen kann man es total verstehen, denn sie gehen davon aus, dass dieser ETF bald an den Start geht und natürlich willst du Werbung für den ETF machen. Du machst Werbung für dieses Asset, damit viele in dieses Asset sich einkaufen und du eben mit deinem ETF hier richtig gut absahen kannst. Auf der anderen Seite kann man das auch kritisch betrachten, denn meistens ist es eben so, wenn viele Vermögensverwalter und viele Investoren über eine Thematik sprechen und diese extrem bullisch ist und sie diese Thematik in den Himmel loben, dann ist es auch öfter mal so, dass es dann am Ende des Tages doch nicht so bullisch ist. Wobei gerade in der BlackRock-Thematik, also ich glaube nicht, dass es für einen Crash sorgt, wenn wir eine ETF-Zulassung sehen, tendenziell tatsächlich eher eine positive Entwicklung. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht einige Marktteilnehmer eine zu starke Erwartungshaltung an diese ETFs haben, denn am Ende des Tages, und damit möchte ich diese Gesamtthematik noch einmal abschließen, kommt es auf die Liquidität an. Das heißt, wir können uns hier sonst was erzählen, wir können hier über die verschiedensten Sachen spekulieren und uns verschiedene Chartbilder und so weiter anschauen. Am Ende des Tages, Rockbottom, kommt es auf die Liquidität drauf an. Wird der Markt mit Kapital versorgt, sehen wir mehr Geld, das in den Markt reinkommt, also in allgemein in den Fiat-Markt, dann steigen auch die Assets mit nach oben, wird die Liquidität aus dem Markt entzogen, dann ist es übergeordnet kein positives Zeichen. Dabei bin ich eben auch vorsichtig, wenn man ins nächste Jahr schaut, denn ich denke, solange diese Liquidität nicht freigegeben wird, werden wir keine übertriebene Altcoin-Season sehen, wir werden nicht einen übertriebenen Bullrun sehen. Bitcoin kann sich vielleicht weiter durchsetzen, weil auch als Safe Haven so angesehen wird, ähnlich wie Gold. Gold hat in der vergangenen Woche auch sehr gut performt, aber es ist jetzt nicht so, dass es komplett durch die Decke geht, weil eben dafür vielleicht auch so ein bisschen das Kapital fehlt. Und das nächste Jahr wird dann eben besonders interessant, wenn man schaut, läuft die USA in eine Rezession rein? Selbst das wäre jetzt noch kein riesiges Problem. Probleme können eben dann im Immobilienmarkt und auch in anderen Märkten auftreten und dann kommt es eben auch darauf an, wie die Notenbanken reagieren. Sollte hier viel Liquidität freigegeben werden, dann sehe ich auf jeden Fall sehr positiv auf die Kursentwicklung. Bleibt das liquide Umfeld vorsichtig, dann bleibe ich auch vorsichtig in Bezug auf zukünftige Preisentwicklungen. Also wie gesagt, Long-Term bin ich auf jeden Fall Bullish, Short-Term brauchen wir eben viel Liquidität und diese Liquidität besteht noch eben nicht. Und vielleicht braucht es dafür auch wirtschaftliche Aussetzer, wirtschaftliche Probleme, damit diese Liquidität am Ende freigegeben wird. Aber das ist eine Thematik, über die wir uns schon länger unterhalten haben. Dazu wurde ich auch gefragt, ob wir 2024 vielleicht das Flippening sehen, also dass die Market Cap von Ether größer wird als die von Bitcoin. Da bin ich auf jeden Fall noch konservativer, muss ich ganz ehrlich sagen. So wurde ich auch zu Altcoin-Season gefragt, ob wir die möglicherweise im nächsten Jahr sehen. Ich glaube, dass wirklich Altcoins durch die Decke gehen. Ich glaube, dafür brauchen wir wirklich viel Liquidität, denn am Ende des Tages sind Altcoins ja nichts anderes als kleine Fintech-Unternehmen, Hochrisiko-Fintech-Unternehmen. Das heißt, es wird immer mal wieder einer nach oben schießen, aber damit wir wirklich so eine typische Altcoin-Season sehen, brauchen wir eben ein besseres Zinsumfeld. Bitcoin kann sich vielleicht noch durchkämpfen, weil er vor allem auch als sicherer Hafen angesehen wird. Doch ja, ein Shiba Inu-Token ist jetzt nicht unbedingt so der sichere Hafen, als dass wir jetzt hier eine große Altcoin-Season sehen, wenn eben die Liquidität weiter im Markt fehlt. Doch im Allgemeinen, ich möchte das jetzt an dieser Stelle auch überhaupt nicht schlecht reden, gehe ich persönlich noch davon aus, dass wir momentan sehen, wie sich das Fundament baut. Das heißt, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, 12, 24 wirklich anstrengende Monate. Jetzt sieht man so ein bisschen dieses Shifting. Das Geld wandert langsam in den Bitcoin. Meiner Meinung nach ist das der Start des Bullruns. Aber dieser Bullrun erstreckt sich eben über einen sehr, sehr langen Zeithorizont. Das heißt, diese erste Phase des Bullruns, wo das Geld in den Bitcoin wandert, kann auch sehr langsam von Starten gehen und kann auch noch länger dauern. Am Ende des Tages kommt es eben darauf an, dass der Markt wahrscheinlich einen Rücksetzer sieht, dann die Liquidität in den Markt gegeben wird, um diesen Rücksetzer, um diese wirtschaftlichen Probleme auszugleichen und dann eben auf der anderen Seite auch der Kryptomarkt davon profitiert. Schreib mir dazu super gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Da haben wir natürlich auch alle verschiedene Meinungen. Wie gesagt, ich schaue auf jeden Fall auf die globale Liquidität. Genauso schaue ich auch auf die Liquidität, wenn ich am Traden bin. Und so wurde ich gefragt, wie das Traden läuft, welche Börse ich zum Traden benutze und ob ich einmal das mit den Liquidierungszonen besprechen kann. Das Thema Liquidierungszonen ist sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht so gut kurz zusammenfassen. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir natürlich aktuell in einem sehr illiquiden Marktumfeld sind. Das heißt, es gibt nicht viele Käufer, es gibt nicht viele Verkäufer und die Market Maker versuchen eben, viele Käufer und viele Verkäufer zu finden. Und diese finden sie eben auf den Liquidierungszonen. Das sind einfach Bereiche, also Preisbereiche, wo sehr, sehr viele Positionen gleichzeitig liquidiert werden. Und wenn hier eben diese Positionen liquidiert werden, dann entsteht hier, dann sehen wir hier die Liquidität. Und man sieht es auf gerade breiten Zeithorizonten sehr schön, wie der Kryptomarkt immer in die ein oder andere Richtung wandert, beziehungsweise der Bitcoin und sich immer wie so ein Magnet zur Liquidität hinzieht. Und das ist auch einer meiner Lieblings-Trading-Strategien. Das heißt, ich bin jetzt kein Trader, der 24.000 verschiedene Striche einzeichnet, denn ich bin der Meinung, der Markt gerade aktuell arbeitet vor allem mit der Liquidität, die eben noch vorhanden ist. Das Trading an sich läuft bei mir ganz gut. Für meine Verhältnisse, ich mache das ja jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, knapp über ein Jahr ein bisschen ernster. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Day-Trader bin und jeden Tag am Start bin und jeden Tag jeden Trade mitnehme. Aber solche Sachen wie in der vergangenen Woche, diese Fake-ETF-News und so, die kann man halt super gut traden, weil es halt offensichtlich ist, in welche Richtung der Markt läuft, wenn er eben checkt, okay, diese Nachricht war vielleicht doch nicht so rosig, wie sie im ersten Moment aussah. Also hier kann man auf jeden Fall auch viele rationale Trades mitnehmen. Aber das will ich auch an dieser Stelle jetzt nicht empfehlen, das Traden. Da muss man sich wirklich hinsetzen, lange und viel Zeit investieren und dann kann man vielleicht profitabel sein. Aber die meisten sind nicht profitabel und deswegen bin ich auch kein Riesenbefürworter davon. Jeder soll allerdings das machen, worauf er Bock hat. Welche Börsen ich benutze, ich probiere tatsächlich momentan viele Börsen aus. Ich habe auch jetzt schon seit Monaten keine Partnerschaften mehr mit irgendwelchen Trading-Börsen oder so. Ich habe ja damals viel Bing X benutzt, die nutze ich auch heute immer noch aktiv. Ich nutze allerdings auch BitGeld, also ich schaue mir so ein bisschen die Plattform an, auf welcher Plattform ich mich hier am besten am Ende des Tages zurecht finde. Dann wurde ich noch gefragt in Bezug auf eher den Altcoin-Sektor. Aber wenn ich gewinne, realisiere, wie ich das mache. Von dem Ledger schicke ich mir die Kryptowährungen auf die Börse oder verkaufe ich sie direkt auf dem Ledger. Und was muss man beachten, wenn man Kryptowährungen von einem auf eine andere Börse schickt? Also hierbei gibt es eigentlich die Grundprinzipien. Du musst auf die richtige Chain achten. Das heißt, du kannst jetzt deine Bitcoin nicht an eine Ethereum-Chain schicken. Hier kommt es eben darauf an, dass du die richtige Chain auswählst und die richtige Währung. Und dann kann eigentlich von einem Transfer von einer Börse zur anderen nicht groß was passieren. In vielen Fällen empfehle ich einfach eine kurze Testtransaktion zu senden, ob das Geld wirklich ankommt und dann eben den Rest hinterher zu schicken. So mache ich es auch, wenn ich große Altcoin-Gewinne realisiere. Hier gibt es auch zwei Komponenten. Entweder behalte ich diese Kryptowährungen auf dem Ledger und tausche sie über eine dezentrale Plattform in Stablecoins. Oder ich schicke diese Kryptowährungen von meinem Ledger an Bitwavo. Dort verkaufe ich sie dann und schicke mir dann eben das Fiat-Geld auf mein Bankkonto. Ich versuche hier ein Gleichgewicht zu halten. Ich versuche nicht zu viel Kapital an die Stablecoins zu binden, denn das ist natürlich auch ein Risiko. Ich zeige mir allerdings auch nicht alles aus, weil das macht dann auch wiederum keinen Sinn, wenn ich eben kaufen möchte, wenn ich die Liquidität brauche. Ich versuche hier ein gutes Gleichgewicht zu halten, dass ich eben in beide Richtungen abgesichert bin. Genauso wie ich es auch mit meinen Investitionen mache. Ich gehe nicht immer all in. Ich bin allerdings auch nicht komplett an der Seitenlinie. Momentan bin ich recht gut positioniert und ich freue mich wirklich, wenn der Bullrun wieder startet. Ich habe aber auch noch genug Kapital, um hier schön nachzukaufen, sollten wir weitere Rücksetzer sehen. Ich wurde auch gefragt, ob ich den Ledger Nano S zum aktuellen Zeitpunkt noch benutze. Das werde ich echt oft gefragt. Ich habe tatsächlich jetzt sogar auch die neue Edition, den Ledger Nano X. Auch den Ledger Nano S kann ich immer noch bedenkenlos empfehlen. Ja, es gibt hier natürlich einige Sachen und man sollte sich eben mit den Hardware-Wallets beschäftigen. Aber wie in einem Video von vor drei, vier Wochen schon einmal beschrieben, Hardware-Wallets haben alle gewisse Risiken. Und wenn die Software manipuliert wird, dann kann jedes Hardware-Wallet zu einem Problem werden. Beschäftigt euch damit, schaut gerne das Video von damals. Und ja, ich nutze meine Ledger-Modelle immer noch für den Altcoin-Sektor und ich nutze meine Bitbox immer noch für meine Bitcoin. Und damit bin ich auch vollends zufrieden. Wir bleiben aber kurz bei den Altcoins. Denn ich wurde gefragt, ob ich mit dem Gedankenspiele alle Altcoins abzustoßen. Ob ich überhaupt noch weiter in Altcoins investiere oder mir das Risiko zu groß ist. Und ob ich glaube, dass Altcoins immer noch alle sterben werden. Ja, einige werfen mir nach, dass ich gesagt habe, dass Altcoins alle sterben werden. Weil ich in einem Video von vor zwei Wochen aufgezeigt habe, dass Kryptowährungen, die im Jahr 2017 gut performt haben, zu 80% danach nicht mehr gut performt haben. Das sollte einfach ein bisschen zeigen, dass man nicht in jede Kryptowährung investieren sollte, die im vergangenen Zyklus gut performt hat. Und vor allem wollte ich euch damit sagen, dass wenn ihr gut performende Kryptowährungen dabei habt, dass ihr Gewinne realisieren solltet. Am Ende des Tages ist die Entscheidung natürlich bei jedem selber. Die muss jeder selber für sich treffen. Es ist einfach nur so, wie ich es mache. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, auch bei der Altcoin-Auswahl. Ich verkaufe meine Altcoins nicht und ich glaube auch nicht, dass alle Altcoins sterben werden. Aber ich investiere eben vorsichtig, gerade auch zur aktuellen Marktphase. Weil wir eben sehen, die Liquidität wandert erstmal in den Bitcoin. Erstmal wird der Bitcoin hier an Dominanz zunehmen. Ich beschäftige mich jetzt mit Altcoins, die vielleicht in Zukunft interessant werden könnten und auch mit neuen Projekten. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt All-In in den Altcoin-Sektor gehe. Denn man kann natürlich auch während einer Altcoin-Season viele gute Trades mitnehmen. Viele kurzfristige Investitionen tätigen, indem man eben schaut, welches Narrativ, welche Bereiche werden momentan viel gehandelt. Wo fließt das Geld hin? Und dann kann man eben auch recht schnell in den Markt reingehen. Aber man sollte dann eben auch recht schnell wieder rausgehen und auch die Gewinne realisieren. Also ich stoße meine Altcoins, die ich in den letzten Monaten gekauft habe, nicht ab. Das waren nicht viele, aber die Projekte, für die ich mich interessiere, die Projekte, hinter denen ich stehe, die habe ich aufgekauft. Und die werde ich auch weiter halten, weil dafür habe ich sie eben gekauft. Und dafür ist so ein Bärenmarkt eben auch da, um sich im Portfolio gut zu positionieren. Man sieht, dass momentan viele Leute aus dem Markt rausgehen und die Hoffnung verlieren. Und wie gesagt, viele Altcoins werden wahrscheinlich auch nicht mehr ihr letztes All-Time-High sehen. Aber wenn wir wirklich wieder eine Altcoin-Season sehen, dann wird es auf jeden Fall für den einen oder anderen Altcoin sehr, sehr gut. Auch wenn man, und das ist eben nochmal das, was ich am Anfang des Videos angesprochen habe, man eben zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiß, wann wir wirklich diese Altcoin-Season sehen. Denn dafür brauchen wir viel Liquidität und diese besteht eben zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Weshalb ich auch jetzt noch nicht all meine Altcoin-Investitionen getätigt habe, sondern eben warte, wenn sich das Sentiment so ein bisschen ändert und wir wirklich im Allgemeinen in die Tendenz des Bullruns auch für den Altcoin-Sektor tendieren. Kommen wir noch zu den letzten beiden Fragen. Wann kaufst du ein Lambo und was macht deine Selbstständigkeit? Bereust du es schon oder bist du noch vollends zufrieden? Beziehungsweise das ist die beste Entscheidung ever. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall vollends zufrieden. Alleine schon, das war ja auch ein Punkt, erstens wollte ich die Selbstständigkeit schon immer. Also ich wollte schon, seitdem ich ein kleiner Butschi bin, selbstständig werden. Und zum anderen bin ich auch in meiner Arbeit in einen Bereich gekommen, in den ich auf gar keinen Fall rein wollte und ich habe auch noch Kontakt mit Kollegen. Und wenn ich von denen ab und zu mal was höre, was da so abgeht, bin ich schon sehr froh, dass ich nicht mehr in diese Bereiche sein muss. Diese Möglichkeit habe ich ja unter anderem dank euch. Daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung. Dadurch kann ich eben auch die aktuell zusätzliche Zeit nutzen, um mich eben weiter auf eigene Projekte zu konzentrieren. So wie beispielsweise Macrovision, das Projekt, welches ich mit Furkan ins Leben gerufen habe. Das hätte ich nicht neben der Arbeit, also neben einem Vollzeit-Schichtjob in der Schwerindustrie und eben Fulltime-YouTube jeden Tag ein Video geschafft. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich jetzt im Bärenmarkt die Möglichkeit habe, diese Dinge aufzubauen und dann schauen wir mal, was im nächsten Bullrun passiert. Ein Lambo werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Mein Ziel ist sowieso eher ein Nissan GT-R, doch ich möchte finanziell sehr gut aufgestellt sein, bevor ich hier fast sechsstellige Beträge für ein Auto ausgebe. Aber es ist ein Kindheitstraum, also ja, wäre schon cool, ein richtig geiles Auto zu haben, aber ihr werdet es dann mit Sicherheit mitkriegen und dafür muss erstmal der Markt wieder umdrehen. Ich beende auf jeden Fall das heutige Video. Ich bedanke mich noch einmal für den Support und die Unterstützung. Falls ihr euch für Liquidierungszonen interessiert, falls ihr euch für interessante Marktbewegungen interessiert und allgemein durchgehend auf dem Laufenden gehalten werden wollt, was im Markt so passiert, dann checkt gerne Macrovision Research aus. Link dazu selbstverständlich in der Videobeschreibung. und ich bedanke mich noch einmal für den Support, die Unterstützung, das Feedback. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Genießen auch das Restwochenende. Bis morgen dann. Ciao, Freunde.